Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 6. April 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Wir sollen heute etwas zum Ende bringen, dann die Richtung bestimmen, was kommt als nächstes. Wer jemand gesundheitlichen Probleme hat, kommt da eine Heilung. Eine rechtliche Angelegenheit geht voran. Ein guter Nachricht oder ein Vertrag ist zum Erwarten. Wir können auch mit Überraschungen rechnen, unerwartete Ereignisse. In der Liebepartnerschaft haben wir das Gefühl Angst oder wir zweifeln etwas. Wenn wir diese Gefühle loslassen können, haben wir die Liebesenergie und Glück in die Liebe-Partnerschaft. Das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Info-Video und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. In diesem Video erkläre ich, was war im früheren Leben. Was ist Karma überhaupt? Was passiert nach dem Tod? Was ist der Sinn des Lebens? Was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Dieses Video ist gratis und führt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.